Max und Anna, zwei junge Leute aus Deutschland, beschließen, ihren Urlaub auf Bali zu verbringen. Sie packen also ihre Koffer und nach einem langen Flug erreichen sie endlich die tropische Insel. Sie nehmen nach dem Verlassen des Flughafens ein Taxi zum Hotel. Max sagt zum Taxifahrer. Können Sie uns bitte zum Bali Beach Hotel bringen? Der Fahrer antwortet, ja, natürlich. In etwa 30 Minuten werden wir am Ziel sein. Als Max und Anna das Bali Beach Hotel betreten, sind sie von der Schönheit des Ortes überwältigt. Sie gehen zur Rezeption, wo ein freundlicher Mann hinter dem Tresen steht. Anna beginnt das Gespräch mit einem Lächeln. Guten Tag, wir würden gerne ein Zimmer für die nächsten Tage buchen. Der Rezeptionist antwortet. Guten Tag, willkommen im Bali Beach Hotel. Ich kann Ihnen ein schönes Doppelzimmer anbieten, was halten Sie davon? Max antwortet. Ja, wir möchten ein schönes und gemütliches Doppelzimmer. Haben Sie Zimmer mit Meerblick? Der Rezeptionist antwortet. Ja, wir haben Doppelzimmer mit Meerblick. Diese kosten 120 Euro pro Nacht. Wir haben auch Doppelzimmer, die zum Garten liegen, die sind etwas günstiger, für 100 Euro pro Nacht. Welches würden Sie bevorzugen? Anna schaut zu Max und sagt. Ich denke, der Meerblick lohnt sich. Was meinst du? Max stimmt zu. Ja, nehmen wir das Zimmer mit Meerblick. Können Sie uns auch Informationen zu den Mahlzeiten geben? Der Rezeptionist lächelt und antwortet. Natürlich. Das Frühstück ist von 7 bis 10 Uhr im Erdgeschoss verfügbar. Mittag- und Abendessen werden ebenfalls in unserem Restaurant serviert, von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Wir bieten eine breite Auswahl an lokalen und internationalen Gerichten an. Anna fragt. Gibt es auch vegetarische Optionen? Ja, wir bieten eine Vielzahl an vegetarischen und veganen Gerichten an. Unser Küchenteam achtet sehr auf die Bedürfnisse aller Gäste. Max, zufrieden mit den Informationen, sagt. Das klingt wunderbar. Können Sie uns auch sagen, wie wir am besten die Insel erkunden können? Wir arbeiten mit verschiedenen Touranbietern zusammen und können Touren, Auto- oder Rollerverleih für Sie arrangieren. Außerdem gibt es direkt in der Lobby einen Informationsstand, wo Sie Broschüren und Karten finden können. Nachdem alles geklärt ist, füllen Max und Anna das Anmeldeformular aus, erhalten ihre Zimmerschlüssel und gehen zu ihrem Zimmer. Am nächsten Tag beschließen Max und Anna, die atemberaubende Natur der Insel Bali zu erkunden. Sie mieten sich einen Roller und machen sich auf den Weg zu einem Wasserfall, von dem Sie gehört haben. Als Sie den Wasserfall erreichen, sind Sie von seiner Schönheit überwältigt und verbringen Stunden damit, im kühlen Wasser zu schwimmen, fotografieren und die Ruhe der Umgebung zu genießen. Am Abend beschließen Sie, das Nachtleben Balis zu genießen. Daher besuchen Sie einen Strandclub, wo organische Hausmusik gespielt wird und die Menschen sehr fröhlich sind. Max und Anna tanzen unter dem sternenklaren Himmel und genießen die Energie der Nacht. In den folgenden Tagen besichtigen Sie weitere Sehenswürdigkeiten der Insel Bali, darunter Tempel, Eisfelder, wunderschöne Strände und einen Wald voller Affen. Sie unternehmen auch eine Bootsfahrt zu einer herrlichen Insel und nach einer Erkundungstour tauchen Sie dort, beeindruckt von der faszinierenden Unterwasserwelt. Schließlich, am letzten Abend Ihres Aufenthalts, kehren Max und Anna zum Bali Beach Hotel zurück. Sie sitzen am Strand, beobachten den Sonnenuntergang und sprechen über die unglaublichen Erfahrungen, die Sie während Ihres Urlaubs auf Bali gemacht haben. Am nächsten Morgen, bevor Sie abreisen, bedanken Sie sich herzlich bei dem Personal des Hotels für deren Gastfreundschaft und machen sich mit zahlreichen Erinnerungen an ihre unvergesslichen Tage auf der tropischen Insel auf den Weg zum Flughafen. Der Rezeptionist Der Rezeptionist begrüßte die Gäste freundlich. Verfügbar Diese Zimmerkategorie ist leider nicht verfügbar. Atemberaubend Die atemberaubende Aussicht auf das Meer war beeindruckend. Die Gastfreundschaft Die Gastfreundschaft der Einheimischen hat uns beeindruckt. Die Erinnerungen Unsere gemeinsamen Erinnerungen sind mir sehr kostbar. Der Rollerverleih Wir entschieden uns für den Rollerverleih, um die Insel zu erkunden. Der Sonnenuntergang Der Sonnenuntergang am Strand war wunderschön. Das Paradies Der Strand war wie ein kleines Paradies. Die Vielfalt Die Vielfalt der Speisen in diesem Restaurant ist beeindruckend. Die Schönheit Die Schönheit der Natur hat uns fasziniert. Unvergesslich Der Urlaub war eine unvergessliche Erfahrung. Das Anmeldeformular Bitte füllen Sie das Anmeldeformular für Ihren Aufenthalt im Hotel aus. Buchen Wir möchten ein Zimmer für drei Nächte buchen. Das Doppelzimmer Wir haben ein Doppelzimmer mit Meerblick gebucht. Der Meerblick Der Meerblick Unser Zimmer hat einen wunderschönen Meerblick. Die Insel Die Insel Bali ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen. Vegetarisch Im Restaurant gibt es eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten. Die Mahlzeiten Die Mahlzeiten im Hotel sind im Preis inbegriffen. Der Wasserfall Der Wasserfall ist einen Besuch wert. Max und Anna, zwei junge Leute aus Deutschland, beschließen, ihren Urlaub auf Bali zu verbringen. Max und Anna, zwei junge Leute aus Deutschland, beschließen, ihren Urlaub auf Bali zu verbringen. Sie packen also ihre Koffer und nach einem langen Flug erreichen sie endlich die tropische Insel. Sie packen also ihre Koffer und nach einem langen Flug erreichen sie endlich die tropische Insel. Sie nehmen nach dem Verlassen des Flughafens ein Taxi zum Hotel. Max sagt zum Taxifahrer Sie nehmen nach dem Verlassen des Flughafens ein Taxi zum Hotel. Max sagt zum Taxifahrer Können Sie uns bitte zum Bali Beach Hotel bringen? Können Sie uns bitte zum Bali Beach Hotel bringen? Der Fahrer antwortet Ja, natürlich In etwa 30 Minuten werden wir am Ziel sein. Der Fahrer antwortet Ja, natürlich In etwa 30 Minuten werden wir am Ziel sein. Als Max und Anna das Bali Beach Hotel betreten, sind sie von der Schönheit des Ortes überwältigt. Als Max und Anna das Bali Beach Hotel betreten, sind sie von der Schönheit des Ortes überwältigt. Sie gehen zur Rezeption, wo ein freundlicher Mann hinter dem Tresen steht. Anna beginnt das Gespräch mit einem Lächeln. Sie gehen zur Rezeption, wo ein freundlicher Mann hinter dem Tresen steht. Anna beginnt das Gespräch mit einem Lächeln. Guten Tag, wir würden gerne ein Zimmer für die nächsten Tage buchen. Guten Tag, wir würden gerne ein Zimmer für die nächsten Tage buchen. Der Rezeptionist antwortet Guten Tag, willkommen im Bali Beach Hotel. Ich kann Ihnen ein schönes Doppelzimmer anbieten, was halten Sie davon? Max antwortet Ja, wir möchten ein schönes und gemütliches Doppelzimmer. Haben Sie Zimmer mit mehr Blick? Ja, wir möchten ein schönes und gemütliches Doppelzimmer. Haben Sie Zimmer mit mehr Blick? Der Rezeptionist antwortet Ja, wir haben Doppelzimmer mit mehr Blick. Diese kosten 120 Euro pro Nacht. Ja, wir haben Doppelzimmer mit mehr Blick. Diese kosten 120 Euro pro Nacht. Wir haben auch Doppelzimmer, die zum Garten liegen, die sind etwas günstiger, für 100 Euro pro Nacht. Welches würden Sie bevorzugen? Anna schaut zu Max und sagt Ich denke, der mehr Blick lohnt sich. Was meinst du? Ich denke, der mehr Blick lohnt sich. Was meinst du? Max stimmt zu. Ja, nehmen wir das Zimmer mit mehr Blick. Können Sie uns auch Informationen zu den Mahlzeiten geben? Ja, nehmen wir das Zimmer mit mehr Blick. Können Sie uns auch Informationen zu den Mahlzeiten geben? Der Rezeptionist lächelt und antwortet Natürlich Das Frühstück ist von 7 bis 10 Uhr im Erdgeschoss verfügbar Mittag- und Abendessen werden ebenfalls in unserem Restaurant serviert, von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr Mittag- und Abendessen werden ebenfalls in unserem Restaurant serviert, von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr Anna fragt Gibt es auch vegetarische Optionen? Ja, wir bieten eine Vielzahl an vegetarischen und veganen Gerichten an Unser Küchenteam achtet sehr auf die Bedürfnisse aller Gäste Max, zufrieden mit den Informationen, sagt Max, zufrieden mit den Informationen, sagt Das klingt wunderbar Das klingt wunderbar. Können Sie uns auch sagen, wie wir am besten die Insel erkunden können? Wir arbeiten mit verschiedenen Touranbietern zusammen und können Touren, Auto oder Rollerverleih für Sie arrangieren Außerdem gibt es direkt in der Lobby einen Informationsstand, wo Sie Broschüren und Karten finden können Außerdem gibt es direkt in der Lobby einen Informationsstand, wo Sie Broschüren und Karten finden können Nachdem alles geklärt ist, füllen Max und Anna das Anmeldeformular aus, erhalten ihre Zimmerschlüssel und gehen zu ihrem Zimmer Am nächsten Tag beschließen Max und Anna, die atemberaubende Natur der Insel Bali zu erkunden Am nächsten Tag beschließen Max und Anna, die atemberaubende Natur der Insel Bali zu erkunden Sie mieten sich einen Roller und machen sich auf den Weg zu einem Wasserfall, von dem sie gehört haben Sie mieten sich einen Roller und machen sich auf den Weg zu einem Wasserfall, von dem sie gehört haben Als sie den Wasserfall erreichen, sind sie von seiner Schönheit überwältigt Als sie den Wasserfall erreichen, sind sie von seiner Schönheit überwältigt und verbringen Stunden damit, im kühlen Wasser zu schwimmen, fotografieren und die Ruhe der Umgebung zu genießen Am Abend beschließen sie, das Nachtleben Balis zu genießen Am Abend beschließen sie, das Nachtleben Balis zu genießen Daher besuchen sie einen Strandclub, wo organische Hausmusik gespielt wird und die Menschen sehr fröhlich sind Max und Anna tanzen unter dem sternenklaren Himmel und genießen die Energie der Nacht Max und Anna tanzen unter dem sternenklaren Himmel und genießen die Energie der Nacht In den folgenden Tagen besichtigen sie weitere Sehenswürdigkeiten der Insel Bali In den folgenden Tagen besichtigen sie weitere Sehenswürdigkeiten der Insel Bali Darunter Tempel, Eisfelder, wunderschöne Strände und einen Wald voller Affen Darunter Tempel, Eisfelder, wunderschöne Strände und einen Wald voller Affen Sie unternehmen auch eine Bootsfahrt zu einer herrlichen Insel und nach einer Erkundungstour tauchen sie dort? Beeindruckt von der faszinierenden Unterwasserwelt Beeindruckt von der faszinierenden Unterwasserwelt Schließlich, am letzten Abend ihres Aufenthalts Schließlich, am letzten Abend ihres Aufenthalts Kehren Max und Anna zum Bali Beach Hotel zurück Kehren Max und Anna zum Bali Beach Hotel zurück Sie sitzen am Strand, beobachten den Sonnenuntergang und sprechen über die unglaublichen Erfahrungen Sie sitzen am Strand, beobachten den Sonnenuntergang und sprechen über die unglaublichen Erfahrungen Die sie während ihres Urlaubs auf Bali gemacht haben Die sie während ihres Urlaubs auf Bali gemacht haben Am nächsten Morgen, bevor sie abreisen Am nächsten Morgen, bevor sie abreisen Bedanken sie sich herzlich bei dem Personal des Hotels für deren Gastfreundschaft Bedanken sie sich herzlich bei dem Personal des Hotels für deren Gastfreundschaft Und machen sich mit zahlreichen Erinnerungen an ihre unvergesslichen Tage auf der tropischen Insel auf den Weg zum Flughafen Und machen sich mit zahlreichen Erinnerungen an ihre unvergesslichen Tage auf der tropischen Insel auf den Weg zum Flughafen Vielen Dank, dass Sie unser Video angesehen haben Lernen Sie Deutsch leichter mit uns Bitte lieben Sie das Video, hinterlassen Sie Ihre Kommentare und teilen Sie es mit Ihren Freunden